Hallo, ich bin Johannes von BSC Designer. In diesem Video gebe ich Ihnen eine kurze Einführung in unsere Softwarelösung. Zunächst einmal, was ist BSC Designer? Es handelt sich um eine Balance Scorecard Software oder eine Software für die Strategieausführung. In einfachen Worten, dieses Tool hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie auf einer Strategiekarte zu beschreiben und Ihre Ausführungen mit Key Performance Indicators, also KPIs, zu überwachen. Die Software tut dies, indem Sie das Balance Scorecard Framework unterstützt und aktuelle Studien zeigen, dass dieses Framework jahrzehntel aus seiner Entstehung weiterhin eines der beliebtesten Business Tools ist. Lassen Sie mich Ihnen nun zeigen, wie die Software helfen kann, die Herausforderungen der Strategieumsetzung in der Praxis zu lösen. Als Beispiel verwende ich eine Qualitäts-Scorecard. Übrigens ist dieses Tool für kleine Projekte kostenlos. Sie können sich also gleich mit einem Konto anmelden und sich einen eigenen Eindruck davon verschaffen, wie sich diese Software anfühlt. Oder, wenn Sie möchten, schauen Sie einfach weiter dieses Video. Ich zeige Ihnen, worum es geht. Lassen Sie uns mit einem kurzen Blick auf die Software beginnen. Wir befinden uns jetzt auf der Registerkarte KPIs, wo wir einige Geschäftsziele und KPIs mit all ihren Vorgaben und Leistungsdaten haben. Diese Tabelle ist vollständig anpassbar. Wir können weitere Elemente hinzufügen oder wir können die Spalten ändern, die in der Software angezeigt werden. Es ist gut zu wissen, dass Ihre Entscheidungen auf Daten basieren, oder? Die nächste Registerkarte ist die Strategiekarte. Diese Karte, die Sie hier sehen, wurde automatisch aus den Daten der Registerkarte KPIs erstellt. Eine Strategiekarte umfasst eine Missionserklärung, vier Perspektiven, strategische Themen und Prioritäten, Geschäftsziele sowie die Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen Ihnen. Es gibt außerdem einige Initiativen und natürlich Kennzahlen und KPIs. Eine einseitige Strategiekarte wie diese hilft Ihnen, die Lücke zwischen Strategieplanung und Ausführung zu schließen. Es gibt da keine Magie. Es macht nur wichtige Ziele und Leistungsindikatoren visueller. Die Strategiekarte ist ein Werkzeug, mit dem die Mitglieder des Vorstands ihre Gedanken zur Strategie formulieren und mit ihrem Team teilen können. Wechseln wir nun auf die Registerkarte Dashboard. Hier können Sie alle Leistungsdaten für diese Scorecard visualisieren. Ein Dashboard kann ebenso wie eine Strategiekarte einfach exportiert werden und in Ihre Strategiepräsentation eingebunden werden. Ein anderes Thema. Was werden Sie mit Ihren KPIs machen? Wir sammeln Leistungsdaten in der Scorecard aus vielen verschiedenen Gründen. Es ist zum Beispiel eine gute Idee, die vergangene Leistung zu analysieren oder zukünftige Werte des Indikators anhand von historischen Daten vorherzusagen. All das kann im Handumdrehen auf der Registerkarte Analyse erledigt werden. Möchten Sie den erwarteten Wert des Indikators in einem Jahr wissen? Verwenden Sie einfach die Funktion Prognose und die Software wird Ihnen eine Antwort geben. Schließlich geht es in der Strategieumsetzung darum, die Mitglieder Ihres Teams mit einzubeziehen und es geht darum, sie mit den notwendigen Informationen zu versorgen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. WSC Designer automatisiert dies auf der Registerkarte Meldungen. Auf dieser Registerkarte können Sie das Senden von automatischen Meldungen an die Mitglieder Ihres Teams konfigurieren. Lassen Sie uns nun eine neue Scorecard erstellen und ich zeige Ihnen, wie einfach es ist, alles einzurichten. Ich wechsle dafür in den Bereich meine Scorecards. Dort klicke ich auf die Schaltfläche Neu und wähle neues Projekt aus. Hier haben Sie Zugriff auf einige Scorecard Vorlagen. Die Vorlagen sind eine große Zeitersparnis. Wenn Sie zum Beispiel planen, sich auf die Marketingstrategie zu konzentrieren, können Sie einfach diese Vorlage dafür verwenden. Sie enthält KPIs für Marketing sowie eine Strategiekarte und einen Link zu einem Artikel, der die Best Practices für die Gestaltung einer Strategiekarte für genau diesen Fall erklärt. Sie benötigen eine Vorlage für Sicherheit oder für Qualität? Kein Problem. Die Software enthält einige tolle Vorlagen. In der Liste dieser Vorlagen finden Sie auch den Abschnitt Rahmenwerke. Wenn Sie also zum Beispiel das OKR Rahmenwerk bevorzugen, können Sie auch dieses mit BSC Designer automatisieren. Und schließlich, wenn dies Ihre erste Erfahrung mit BSC Designer ist, sollten Sie diese Option hier verwenden, den Strategiekartenassistenten. Er wird wie ein persönlicher strategischer Berater für Sie arbeiten. In diesem Fall stellt die Software Ihnen eine Reihe von Fragen und erstellt anhand Ihrer Antworten eine Strategiekarte. Das ist ein guter Weg, um mit diesem Geschäftsrahmenwerk loszulegen. Ich wollte Ihnen aber zeigen, wie Sie eine Scorecard von Grund auf neu erstellen können. Also werde ich die Option Strategie Scorecard mit vier Standardperspektiven verwenden. Die Software hat nun eine neue Scorecard für mich erstellt. Wir sehen hier auf der Registerkarte KPIs unsere vier Perspektiven und die gleichen vier Perspektiven finden wir auf der Registerkarte Strategiekarte. Damit wir wirklich bei Null anfangen können, löschen wir das bereits vorhandene Ziel und beginnen damit, den Perspektiven neue Ziele hinzuzufügen. Ich möchte mit der Finanzperspektive loslegen. Ich möchte ein neues Ziel hinzufügen, also wähle ich die Perspektive aus und klicke auf die Schaltfläche hinzufügen. Und nun müssen wir dem Ziel einen Namen geben. Wählen wir Gewinne verbessern. Jetzt können wir zwei weitere Ziele in der Perspektive Kunde erstellen. Diese Ziele werden uns helfen, das Ziel Gewinne verbessern zu erreichen. Ich wähle also die Kundenperspektive, klicke auf die Schaltfläche hinzufügen und gebe den Namen der Ziele ein, die ich hinzufügen möchte. In diesem Fall werden wir als erstes den Kundenservice Essern hinzufügen und als weiteres unterstützendes Ziel Produkte verbessern. Ich wechsle jetzt auf die Registerkarte Strategiekarte und wir sehen, dass die Ziele bereits auf der Strategiekarte sichtbar sind. Ich habe hier die drei Rechtecke, die den jeweils erstellten Zielen entsprechen. Gehen wir zurück zur Registerkarte KPIs. Wir haben unsere Ziele. Um sie noch spezifischer zu machen, müssen wir die Möglichkeiten definieren, sie zu quantifizieren und zu messen. Machen wir das für das Ziel Produkt verbessern. Ich wähle das Ziel aus und klicke auf die Schaltfläche hinzufügen in der Werkzeugleiste. Dann ändere ich den Namen des erstellten Objekts in Produktqualität. Zunächst einmal bedeutet Qualität für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge. Was meinen wir also in diesem Fall mit Produktqualität? Warum haben wir es auf unserer Scorecard? Um diese Frage zu beantworten, werde ich das Beschreibungsfeld verwenden. Wir erklären also, mit der Produktqualität wollen wir bezwecken, dass wir neuen Benutzern den Einstieg in das Produkt erleichtern. Lasst uns mit der Einrichtung dieses Indikators fortfahren. Was werden die Maßeinheiten für die Produktqualität sein? Die Software bietet eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten an und wir können auch eigene Maßeinheiten erstellen. In diesem Fall möchte ich auch gerne die Produktqualität in Prozent messen. Wir haben den Indikator Produktqualität auf dieser Scorecard, weil wir ihn ändern und verbessern wollen. Wie können wir diese Änderungen verfolgen? Wir brauchen einige Referenzpunkte. In der Software nennen wir diese den Basiswert und das Ziel. Der Basiswert ist der Ausgangspunkt und das Ziel ist das, was wir erreichen wollen, wenn wir unsere Änderungen implementiert haben. Wir müssen auch wissen, wo wir uns jetzt befinden. Das gehen wir hier im Feld Wert an. Lassen Sie uns also ein paar Beispielwerte einfügen. Unser Basiswert könnten 65 Prozent sein. Der aktuelle Wert könnten 70 Prozent sein. Ziel sind jedoch 90 Prozent. Die Software hat unseren Fortschritt für uns berechnet, der auf einer Skala von 65 bis 90 Prozent 20 Prozent beträgt. Mit anderen Worten, die Software hat die Daten für uns normalisiert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die Software all diese Zahlen erhält, dann schauen Sie sich unser Produkttutorial an, in dem wir sehr detaillierte Erklärungsvideos haben. Lassen Sie uns nun einige weitere Indikatoren erstellen. Aber in diesem Fall werde ich, anstatt das Manuell zu tun, im Menü Werkzeuge die Option Indikatorwerte importieren auswählen. Ich möchte gerne Daten aus einem Microsoft Excel Dokument importieren. Ich wähle meine Excel-Tabelle aus und klicke auf Hochladen. Hier sehe ich direkt eine Vorschau der gefundenen Daten. Ich klicke auf Weiter und in diesem Schritt sehe ich, dass die Daten erkannt wurden und mit den Eigenschaften des Indikators verknüpft wurden. Das heißt, dem übergeordneten Namen, dem Ziel und verschiedenen Werten. Das einzige, was ich jetzt noch tun muss, ist der Software mitzuteilen, dass ich in dieser Excel-Datei mehrere Daten, mehrere Werte in einer Reihe habe. Und wir sehen, die Zuweisung wurde korrigiert und wir haben für die verschiedenen Daten die verschiedenen Werte, wie sie in der Excel-Tabelle notiert waren. Ich klicke also auf Weiter, nochmals auf Weiter und auf Beenden. Jetzt habe ich die Indikatoren in der Scorecard. Übrigens, wenn Sie einen robusteren Datenimport suchen, nicht nur einen manuellen Import mittels Import aus einer Excel-Datei, dann können Sie den Sapir-Connector verwenden, mit dem sich einige Dinge viel besser automatisieren lassen. Kontaktieren Sie einfach unser Support-Team, um mehr Details zu erfahren. Auf ähnliche Weise können wir übrigens auch die Daten aus einer Scorecard exportieren. In diesem Fall wähle ich unter Werkzeuge die Option Indikatoren exportieren und die Software wird mich durch das Exportieren der Daten führen. Auf diese Weise können Sie auch eine Vorlage erstellen, die Sie später zur Eingabe von Daten in BSC Designer Online verwenden können. Lassen Sie uns nun einige Anpassungen an den neu erstellten Indikatoren vornehmen. Wir müssen sagen, dass diese beiden Indikatoren im Zusammenhang mit dem Ziel Kunden-Service verbessern ein Erfolgsfaktor oder ein Ergebnis? Ich würde sagen, dass es mehr um das Ergebnis geht und um diese Idee wieder zu spiegeln, werde ich sicherstellen, dass auf der Registerkarte Kontext ausgewählt ist, dass dieser Indikator ein Spät-Indikator ist. Was ist mit Antwortzeit und Antwortqualität? Ich würde sagen, dass diese beiden Indikatoren im Zusammenhang mit dem Ziel Verbesserung des Kundenservice die Erfolgsfaktoren quantifizieren. Lassen Sie uns also die Typen der beiden Indikatoren auf frühe Indikatoren umstellen. Noch ein Gedanke zum geschäftlichen Kontext. Jede Strategie wird von wenigen strategischen Prioritäten oder strategischen Themen geleitet. Was sind in unserem Fall die strategischen Themen für jedes der Ziele? Für das Ziel Kundenservice verbessern können wir das strategische Thema Kundenzufriedenheit festlegen. Und für das Ziel Produkt verbessern können wir das Thema Produktleitung verbinden. Ich wechsle zur Strategiekarte, um zu sehen, wie die Ziele und Indikatoren jetzt angezeigt werden. Die Frühindikatoren sind grün hinterlegt, während die Spät-Indikatoren grau hinterlegt sind. Die Ziele, die zu den verschiedenen strategischen Themen gehören, sind ebenfalls entsprechend gekennzeichnet. Lassen Sie uns zu den Indikatoren zurückkehren? Eine weitere Frage, die ich stellen wollte, ist, wollen wir die Werte dieser Indikatoren erhöhen oder verringern? Natürlich wollen wir die Kundenzufriedenheit erhöhen. Deshalb haben wir hier auf der Registerkarte Leistung als Optimierung den Wert linear maximieren ausgewählt. Was ist mit der Antwortzeit? Wir können in der Registerkarte allgemein angeben, dass wir sie gerne in Stunden messen möchten. Auf der Registerkarte Leistung wählen wir, dass wir natürlich die Wertlinie minimieren möchten, da wir schneller reagieren möchten, nicht langsamer. In der Ausfallliste für die Optimierung haben wir übrigens noch eine Reihe anderer Optionen, zum Beispiel das exponentielle Wachstum 1. Wählen wir es mal aus. Wir sehen, dass sich die Abschnitte im Diagramm auf der rechten Seite geändert haben. Der rote Bereich ist jetzt deutlich größer als der grüne Bereich und Sie sehen, dass die Größe des Bereichs exponentiell größer wird, steigt. Damit sagt uns die Software, dass bestimmte Qualitätsstufen absolut inakzeptabel sind. In diesem Fall beginnt die akzeptable Zone, also der grüne Bereich, bei ungefähr 85%. Es geht also hier um die Optimierungsfunktion. Auf der Registerkarte Leistung gibt es übrigens auch eine Einstellung für die Gewichtung. Sie erklärt der Software die Wichtigkeit eines Indikators im Vergleich zu einem anderen auf derselben Scorecard, auf derselben Ebene. Wenn die Software die Leistung von Indexindikatoren, von Zielen, von ganzen Perspektiven oder von der gesamten Scorecard berechnet. Wir haben unsere Strategie nun sehr gut beschrieben. Wir haben einige Ziele und diese Ziele werden mit KPIs gemessen. Verfügt unser Team über alle notwendigen Details, um mit der Ausführung dieser Strategie zu beginnen? Nun, das hängt von den Zielen und Kennzahlen ab, die wir verwendet haben. Manchmal sind sie selbsterklärend, aber für einige Ziele müssen wir erklären, wie wir genau planen, sie zu erreichen. Nehmen wir das Ziel, Kundenservice verbessern. Was sollte unser Team tun, um dieses Ziel zu erreichen? Wir können zum Beispiel das Kundensupport-Team schulen. Lassen Sie uns diesen Ansatz in der Software notieren. Ich wähle also das Ziel aus und klicke auf die Schaltfläche Initiativen. Hier kann ich eine Initiative hinzufügen. Wir nennen sie also Support-Mitarbeiter-Schulen. Und wir können der Initiative ein Budget zuweisen, nehmen wir hier 4.000 Euro an und eine Dauer von 12 Stunden. Wir können einen KPI auswählen, der den Fortschritt dieser Initiative misst. Wir können außerdem einige zusätzliche Dokumente, wie zum Beispiel ein Schulungsprogramm, verlinken und und einen Eigentümer, also eine verantwortliche Position für diese Initiative hinzufügen. Die Initiative aus diesem Beispiel ist eher ein Aktionsplan, aber manchmal müssen wir auch eine Hypothesen notieren, die wir testen oder eine Begründung, die hinter dem Ziel steht. In diesem Fall können wir den Typ der Initiative ändern. Schauen wir uns an, wie die Initiative auf der Strategiekarte visualisiert wird. Ich sehe sie hier im Rechteck Kundenservice verbessern. Die Indikatoren sind jetzt bereit. Wählen wir den Indikator Kundenzufriedenheit aus und klicken auf die Schaltfläche Werte-Editor in der Werkzeugleiste, um seine Werte zu überprüfen. Ich sehe hier die Daten, die ich aus der Excel-Datei importiert habe und ich sehe auch einige andere wichtige Einstellungen. Der Aktualisierungsintervall hilft mir, die Scorecard aktuell zu halten und sicherzustellen, dass alle Indikatoren rechtzeitig aktualisiert werden. Die Einstellung für die Wertevererbung definiert, wie sich der Indikator für die Daten ohne Werte verhalten soll. Soll er nichts anzeigen oder soll er den letzten bekannten Wert anzeigen? Schließlich teilt die Einstellung Gruppieren nach der Software mit, wie dieser Indikator seinen aggregierten Wert berechnen soll. Einige Indikatoren sollten zusammengefasst werden, wie zum Beispiel monatlicher Umsatz und für einige andere müssen wir einen Durchschnitt sehen, zum Beispiel für die Kundenzufriedenheit. Gehen wir zurück zur Strategiekarte und sehen uns an, was die Software dort für uns getan hat. Hier oben haben wir ein Leitbild, das sich durch Ausfall des Stammelements auf der Registerkarte KPIs bearbeiten kann. Das ist unsere Missionserklärung. In diesem Beispiel der leeren Scorecard ist das die Missionserklärung von BSC Designer. Dann haben wir strategische Themen, die die wichtigsten strategischen Prioritäten definieren. Wir haben vier Perspektiven, die wir anpassen oder sogar eine neue hinzufügen können. Und schließlich haben wir alle unsere Geschäftsziele mit den zugehörigen Initiativen und KPIs. Das ist eine Standard-Balanced-Scorecard-Strategiekarte. Wenn Sie etwas anderes im Sinn haben, können Sie eine neue Karte hinzufügen oder Ihre Ziele und KPIs in einer komplett anderen Form visualisieren, zum Beispiel mit den entsprechenden Optionen im Platzierungsassistenten. Eine wichtige Sache, die in dieser Strategie-Scorecard noch fehlt, ist eine Ursache-Wirkungslogik. Im Moment ist noch nicht klar, wie sich die definierten Ziele gegenseitig beeinflussen. Lassen Sie uns dafür das Verknüpfungswerkzeug aus der Werkzeugleiste verwenden und Kunden-Service verbessern mit Gewinne verbessern verknüpfen. Die Software wird mich fragen, ob wir diese beiden Ziele mit den Daten verknüpfen wollen und ich wähle Ja aus. Jetzt funktioniert die Ergebnisleistung des Ziels Kunden-Service verbessern als Input oder Frühindikator für das Ziel Gewinne verbessern, das hier angegeben ist. Das gleiche können wir auch für das Ziel Produkt verbessern tun. Okay, wir haben eine einfache Balance-Scorecard mit einigen Zielen und Indikatoren erstellt und wir haben außerdem eine Strategie-Karte. Diese Scorecard ist ein Ausgangspunkt für alle zukünftigen Diskussionen rund um die Strategie. Für Top-Manager wird sie prima funktionieren, aber was ist mit allen anderen Unternehmensbereichen? Sollten sie alle dieselbe Strategie-Karten verwenden oder sollten sie lokale Strategie-Karten haben und diese mit der Haupt-Strategie-Karte ausrichten? Die Praxis zeigt, dass für eine effektive Ausführung der Strategie eine Kaskadierung oder eine Ausrichtung eingeführt werden sollte. Mit BSC Designer können Sie Strategie-Scorecards für verschiedene Ebenen erstellen und diese Scorecards nach Geschäftszielen oder nach KPIs verknüpfen. Legen wir los. Ich werde das Ziel aus dieser Scorecard mit einem Ziel in der Scorecard Innovationen verknüpfen, die ich in meinem Konto habe. Ich gehe also zurück auf den KPIs-Tab und hier werde ich das Ziel Produkt verbessern auswählen. Ich klicke auf hinzufügen. Der Name ist irrelevant. Ich gehe in die Registerkarte Daten und wähle hier aus, woher ich den Wert beziehen möchte. Hier wähle ich aus, dass ich einen weiteren Indikator verwenden möchte, der in einer anderen Scorecard ist. Ich kann hier meine Scorecards durchgehen und kann die Innovationskarte auswählen. In der Innovationsstrategiekarte muss ich nun noch den entsprechenden Indikator selbst auswählen. Und wir wählen hier als Beispiel Verhaltensmuster entwickeln, die auf Innovation ausgerichtet sind und bestätigen mit OK. Ich sehe nun, dass das Ziel auf meiner Scorecard erschienen ist. Hier kann ich den Typ auf Frühindikator ändern. Und ich sehe auch, dass in der Registerkarte Daten bereits einige Daten vorhanden sind. Schauen wir uns an, wie das auf der Strategiekarte aussieht. Hier habe ich also ein Ziel aus einer anderen Scorecard, das als Frühindikator für das Ziel Produkt verbessern funktioniert. Ein weiteres Thema. Bei der Strategieumsetzung geht es darum, zum richtigen Zeitpunkt Zugriff auf die richtigen Daten zu haben. In BSC Designer gibt es dafür die Registerkarte Dashboard, auf der Sie einige relevante Leistungsdaten visualisieren können. Lassen Sie uns zum Beispiel ein Diagramm für den Indikator Kundenzufriedenheit erstellen. Es wäre jetzt interessant zu sehen, wie oder ob die Kundenzufriedenheit mit der Antwortqualität korreliert. Ich kann die Maus über das Diagramm bewegen, auf das Zahnrad-Symbol oben links klicken. Die Kundenzufriedenheit lasse ich ausgewählt, aber ich wähle zusätzlich die Antwortqualität aus. Und es sieht aus, als hätte unsere Hypothese gestimmt. Mit der Erhöhung der Antwortqualität steigt auch die Kundenzufriedenheit. Gute Arbeit, Team! Lassen Sie uns nun über Leistungsberichte sprechen. Einer der Gründe, warum Sie eine Balanced Scorecard Software verwenden sollten, ist, dass Sie eine automatisierte Berichterstattung für Ihre Strategie haben werden. In BSC Designer stehen Ihnen einige vorbereitete Berichtswerkzeuge zur Verfügung. Zunächst einmal gibt es Standardberichte, die Sie auswählen können, zum Beispiel einen Strategiekostenbericht im HTML- oder Excel-Format. Es gibt auch fokussiertere Berichte für KPIs und Ziele. Erinnern Sie sich zum Beispiel daran, dass wir ein Budget für eine Initiative festgelegt haben, die wir vorhin erstellt haben. Sie können den Bericht Strategiekosten auswählen, der alle Ihre Budgets und Zeitpläne zusammenfasst und die Gesamtkosten für die Ausführung dieser Strategie berechnet. Wir haben außerdem einige Früh- und Spätindikatoren erstellt. Die Frühindikatoren quantifizieren unsere Bemühungen und die Spätindikatoren validieren unsere Ergebnisse. Was ist, wenn Sie sehen wollen, wie Ihre Bemühungen zu den Ergebnissen stehen? Sie können das über den Bericht Aufwand versus Ergebnis tun. Und schließlich, wenn Sie eine einfache Liste der zu erledigenden Dinge für Ihr Team mit allen Zielen und Initiativen an einem Ort haben möchten, können Sie das über den Bericht Aktionsplan tun. Außerdem können Sie mit der Option Anpassen Ihre eigenen Berichte erstellen. Ein weiteres Thema. Lassen Sie uns darüber reden, wie man Strategie zu jedermanns Aufgabe macht. Ich werde zu meine Scorecards wechseln und auf die Schaltfläche Teilen klicken. Strategieausführung ist Teamarbeit. Und natürlich müssen wir dabei einige Regeln festlegen. Zum Beispiel, wer kann auf bestimmte Scorecards zugreifen? Wer kann Ziele für Indikatoren festlegen? Wer kann historische Daten bearbeiten? Oder wer kann nur die Indikatoren sehen? Im Bereich Teilen können Sie die Teamarbeit organisieren und all diese Zugriffsrechte definieren. Übrigens, wenn es die Sicherheitsvorschriften in Ihrem Unternehmen erfordern, können Sie eine Protokollfunktion aktivieren, um zu erfahren, wer genau auf eine Scorecard in Ihrem Konto zugegriffen hat oder sie verändert hat. Abschließend möchte ich noch einige Dinge erwähnen, die unsere Kunden gerne nutzen. Dafür wechsle ich in die Einstellungen. Hier können wir einige spannende Sachen machen. Auf der Registerkarte Organisation können wir zum Beispiel das Logo auswählen, das überall in der oberen rechten Ecke sowie in allen Berichten erscheinen wird. Auf der Registerkarte Backup können Sie alle Scorecards von Ihrem Konto herunterladen. Das ist nützlich, wenn die Sicherheitsvorschriften Ihrer Organisation vorschreiben, das regelmäßig zu tun. Und auf der Registerkarte Integration erfahren Sie, wie Sie BSC Designer mit anderen Business Tools verbinden können. Nun, das alles mag nach einem komplexen Business Produkt klingen. Ja, es ist intern komplex, aber für unsere Endnutzer ist der Einstieg sehr einfach. Das ist der Grund, warum BSC Designer bei Strategen auf der ganzen Welt so beliebt ist. Wie lernt man die Software am besten? Ich würde empfehlen, mit unseren kostenlosen Schulungsvideos zu beginnen, die wir für alle Funktionen anbieten. Sie können sie über dieses Kamerasymbol in allen Funktionen der Software finden und darauf zugreifen. Wir haben auch weitere Schulungseinheiten, die mit kostenpflichtigen Abonnements geliefert werden. Wenn Sie nach spezifischen Implementierungsfällen, zum Beispiel aus Ihrer Branche oder Ihrem Land suchen, dann beginnen Sie mit dem Abschnitt Anwendungsfälle auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns einfach für weitere spezifische Informationen. Und schließlich veröffnen wir regelmäßig lehrreiche Inhalte zur Strategieumsetzung und Leistungsmessung. Daher empfehle ich, dass Sie uns in den sozialen Medien folgen, um erste Einblicke zu erhalten. Wie sieht die Preisgestaltung für das Produkt aus? Die Software ist für kleine Projekte kostenlos. Sie können sich also mit einem kostenlosen Konto anmelden und sofort mit der Erstellung eines Prototyps Ihrer Strategie-Scorecard beginnen. Das ist eine empfohlene Alternative zum Erstellen einer Scorecard einer Tabellenkalkulationssoftware wie Excel. Sie können Ihr kostenloses Abonnement jederzeit auf ein kostenpflichtiges Abonnement upgraden. Der Preis berechnet sich nach der Anzahl der Power-User. Power-User sind die Benutzer, die Scorecards erstellen, Ziele hinzufügen und Daten eingeben können. Es gibt auch nur Ansicht-Benutzer, die kostenlos und in allen bezahlten Abonnements unbegrenzt sind. Auf unserer Website haben wir einen Preisrechner, der Ihnen hilft, den Endpreis abzuschätzen. Dort können Sie auch ein offizielles Angebot von unserem E-Commerce-Anbieter einholen und ein Abonnement online abschließen. Das ist alles für dieses Video. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Erstellung Ihrer nächsten Scorecard. Untertitelung des ZDF für funk, 2020